Guten Morgen! Wir sind heute extra früh hier auf Curaçao aufgestanden, weil wir zum Tuckboot fahren wollen. Das ist ein kleines Schiffswrack, was nicht tief unter dem Wasser liegt, also auch gut für Schnorchler zu erreichen ist. Wir sind gespannt auf die Unterwasserwelt dort und auf die Tiere, die uns erwarten. Und dahin nehmen wir euch heute mit. Bis zum nächsten Mal. Es ist super warm hier. Ich kann es nicht erwarten, wenn es Wasser zu kommen. Wir sind gerade am Tuckboot Beach und das ruhende Schiffswrack liegt etwa da hinten. Und da werden wir gleich hinschnorcheln. Ich bin gespannt auf tolle Fische und ich hoffe, ich sehe eine Sea Turtle. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017